Hallo und herzlich willkommen zurück hier jetzt mal wieder in Minecraft, ne? Ja und so. Das sag ich glaube ich jedes Mal. Ist ja eigentlich auch klar. So, und heute noch nicht mit der neuen Version, die soll aber wahrscheinlich bald rauskommen. Wie ist denn das Hühnchen da rausgekommen? Mano, doofes Hühnchen. Na ja, auf jeden Fall jetzt auch mit Shaders Texture Pack, wie man vielleicht hier an diesen Erdblöcken sehen kann. Sehen ein bisschen, ich hoffe realistischer aus. Aber nun gut. Naja und eine Kleinigkeit wollte ich noch zu Beginn sagen und zwar habe ich jetzt auch so ein richtig geiles Cape. Hoppala. Ach man, wollen die mich denn jetzt verarschen? So, also ich habe ein Cape und zwar hat mir das der Lucario Forever gespendet. Also spendiert sozusagen. Ja, ist jemand von Q-Bild. Außerdem habe ich da natürlich, wie man eventuell sieht, auch die Farben von Q-Bild drin. Ja und falls ihr mich seht, dann werde ich ab jetzt, falls ihr Optifine installiert habt, so ein richtig geiles Cape. Ja, haben und so. Glitschen die etwa wieder, die Tiere? Na ja, auf jeden Fall, wie gesagt, kommt vom Lucario Forever. Danke nochmal dafür. Eigentlich war das mal schwarz, die Farbe habe ich aber mal umgeändert. Habe ich mir so gedacht. Muss ich mal gucken, ob ich die Farbe so lasse. Hoppala. So. Und jetzt kann es auch gleich losgehen. Ich sammle hier, hoppala. Moment, ich kann ja eigentlich mal kurz hier reingehen. Und hier noch Schere und Weizen holen. Falls wir das nicht die letzte Folge schon gemacht haben. Hey! Ach, scheiße. Springen müsste man auch können, ne? So. Haben sogar die Items jetzt Schatten. Also so, äh, Shaders-Dingen, ne? Wisst ihr schon, was ich meine? So. Na, kommt mal her, ihr Kühe. Und auf jeden Fall würde ich dann jetzt ganz gerne demnächst die Schafe entführen. Weil, ja, wir haben ja drüben das, ähm, die Erntemaschine jetzt fertiggestellt. Die muss dann natürlich nur noch reif werden. Oh, jetzt hat es genau gereicht. Jetzt brauche ich ein neues Schwert. Habe ich natürlich noch nicht gemacht. So, mache ich das erst. Hoppala. Mache ich das erst mal. Klopfe ich das erst mal hier rein. So. Wie viel Glas haben wir denn noch? Das ist noch einiges. Damit können wir noch sehr viel bauen, würde ich sagen. So. Aber wie gesagt, Schwerti, Schwerti. Wir müssten auch in eine Höhle gehen. Eigentlich könnten wir das ja erst mal machen. Ich bin hier auch wieder total, also out of stickies und out of plan, wie man hier sieht. Ich mache schon wieder die ganze Zeit irgendwelche Rotze, die ich eigentlich gar nicht machen will. So. Ah, genau. Und ich habe ein Sprachpack installiert, wie man hier sehen kann. Deswegen heißt das Ding jetzt Cannabis-Busch. So habe ich das ja, glaube ich, mal genannt. Naja. Und ein Eieiei. Naja, aber damit wollen wir uns ja nicht so viel aufhalten. Oder so lange aufhalten. Komm, machen wir noch mal ein paar Bücher. So war das ja, glaube ich. Na. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und dann haben wir ja noch ein bisschen Holz übrig von letztem Mal. Können wir ja eigentlich das da nehmen. So. Noch ein bisschen was umwandeln. Tada. Wie war denn das jetzt noch mal so? Moment. So. So machen wir das. Ach, scheiße. So. Haben wir auch wieder fünf Bücherregale. Dann könnten wir ja theoretisch schon verzaubern. Theoretisch könnten wir auch, weil wir den Verzauberungstisch haben, von Anfang an verzaubern. Aber. Ich glaube, der Verzauberungstisch war hier unten. Ja, genau. Aber wir wollen natürlich gleich hoch verzaubern. Und ich müsste hier noch mal gucken, wie ich das Ganze mache. Hm. Ich könnte natürlich hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Nee, das reicht doch gar nicht. Doch. So. Dann. Geht das denn über Eck? Moment, das teste ich jetzt am besten erst mal aus. Geht das überhaupt? Ach, das geht auch. Okay. Dann ist ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier nämlich die Ecken weg. Da habe ich nämlich so eine Bauweise schon mal irgendwo auf einem Server gesehen. Fand ich ganz cool. Aber wenn ich die Ecken weg mache, dann sieht das ja da so scheiße aus. Dann müssen wir da halt Steinchen hinbauen. Also, ne. So ein normales Steinchen. So. Und zwar war das so irgendwie. Das dürft ihr auch rechnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. What the fuck? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn sogar, oha. Mal gucken, bis wie viel könnten wir denn jetzt verzaubern? Achtzehn. Okay. Das würde sich noch nicht lohnen. Das stimmt ja jetzt. In den neuen Versionen ist es ja so, da wird ja immer sofort das, ne, und so angezeigt. Warum? Ach man. Das mag ich übrigens an dem Shader nicht, das hier manchmal so verpackt ist. Aber, das kann man natürlich nicht ändern. Ich denke mal, wenn die Entwickler das ändern könnten, dann hätten sie es schon lange getan. Also, von daher. Nun ja. Und so kennt er ja schon alles. So. Dann müssen wir halt gucken, was wir jetzt mitnehmen. Ich würde sagen, so ein bisschen Dreck und so ein bisschen Cobblestone wäre nicht verkehrt. Ich weiß zwar nicht, wofür wir jetzt Cobblestone brauchen, aber egal. Irgendwas Wichtiges wird es schon gewesen sein. Und da liegen die Hühner schon wieder fleißig Eier. Und das ist natürlich Nacht. Supi. Was machen wir denn? Egal. Na. So. Dann hauen wir mal rein, würde ich sagen. Und da drüben sehe ich schon wieder zwei Creeper. Ne, drei Creeper sogar. Und Skelette. Und eine Kuh. Die Kuh ist natürlich am angsteinflößendsten. So würde ich das jetzt sagen. Cheater-Skelette. Die treffen einen noch überall. Und Creeper mag ich nicht. Spannende Musik. Hey. Und da ist unser Evil Chicken. Los. Mach den Creeper kaputt. Na okay. Creeper ist weg. Okay. Spannend mal aufgehört. Perfekt. So. Dann würde ich sagen. Gucken wir mal. Hier ist ja schon einiges reif. Aber noch nicht alles. Da unten steht auch schon wieder ein Creeper und ein Skelett. Ich müsste ja eigentlich jetzt die ganze Zeit so laufen, weil ich jetzt so ein geiles Escape habe. Übrigens von dem Lucario Forever. Nur so, falls ihr den kennt. Ne, das sage ich jetzt glaube ich schon zum dritten oder vierten Mal. Naja, auf jeden Fall. Hier wollte ich ja Dinge ins Reihen machen. Also, äh, hier. Ne? Wisst ihr ja. Na du Zambiele. Bist ja ein ganz süßer. Eigentlich nicht, aber das will ich ihm natürlich nicht sagen. Jetzt hätte ich mir natürlich gleich noch eine Eisenachst machen können. Aber egal. Habe ich es eben verkackt. Oder wollen wir nur hier innen drin irgendwo Dingens hin machen? Dass wir nur so eine Ecke mit Gras machen. Dass wir, sage ich mal, so. So. Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Schätze ich jetzt mal. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Das wäre dann ein Problem. Und jetzt habe ich gerade meine Dingens gefetzt. Moment. Wie machen wir das denn? Was ist? Ich glaube, ich benutze mal V-Sync. Ist vielleicht besser. Oder so. Keine Ahnung, was da dran besser sein soll. Lalalala. Egal. Auf jeden Fall könnten wir theoretisch jetzt mal von hier drüben ein bisschen was abzapfen. Also so. Und so. Ich hoffe mal, dass das dann auch nach unten wächst. Aber das dauert dann so lange. Wollen wir uns nicht lieber eine Spitzhacke verzaubern und da dann... Hm. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen was mit. Damit wir hier zumindest ein bisschen was reinkriegen. Also nach oben wächst das Gras auf jeden Fall. So viel weiß ich. Aber ob nach unten... Ich... Ich weiß es nicht wie nord ist.